Ein wunderherrliches Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir rufen jetzt Nancy an, damit sie uns mal ein bisschen Informationen geben kann. Wenn du also irgendwas über Swedenborg rauskriegst, roll ich dir den roten Teppich aus. Ich glaube aber nicht, dass du was findest. Könnte ein Versuch wert sein. Ich bin da ehrlich gesagt nicht besonders zuversichtlich. Aber wie du willst. Hab vor einem Jahr angefangen Nachforschungen anzustellen, nachdem einer von Swedenborgs Anhängern Feuer in der Helvizia-Niederlassung gelegt hat. Hab versucht ihn zu kontaktieren. Erfolglos. Habe ein Privatdetektiv angeheuert, der auch nichts rausgekunden hat. Und die IP, die mit dem Konto verbunden ist? Er hat sicher Demons verwendet. Aber eine Spur bleibt immer. Nicht schlecht. Wusste nicht, dass ich's mit einem Pro zu tun hab. Aber ja, das hab ich versucht. Konnte das Signal bis nach Santo Domingo zurückverfolgen. Aber eine konkrete Adresse gab's nicht. Der Distrikt ist gerammelt voll mit Einheiten. Aber das weißt du sicher. Hab vor Ort Fragen gestellt. Natürlich mit dem nötigen Schmiergeld. Aber nichts. Keine einzige Spur. Verstehe. Hey, schick mir die Koordinaten vom letzten Datenterminal, über den das Signal lief. Ich seh mal nach. Schlimmstenfalls verschwende ich ne Stunde. Bestenfalls... Naja. Wer weiß. Na gut, wenn du schon fragst. Warum nicht? Aber im Ernst, mach dir keine Hoffnung. Viel Erfolg. Ah, dat finden wir schon raus. Nebenbei warten wir natürlich auch noch, dass Judy uns nochmal anruft. Oder wir können Judy ja selber nochmal anrufen. Ich weiß ja ziemlich gar nicht, wie es gerade mit dem Job steht. Hey, wie? Bei mir ist alles beim Alten. Aber hey, wie geht's dir? Okay. Gibt nichts Neues. War schön von dir zu hören. Ich bin für dich, Darby. Ruf jederzeit an. Schade. Nur damit wir jetzt nochmal kurz auf dem gleichen Stand sind. Nancy ist ja Reporterin. Unter dem Codenamen Bess Isis. Und sie ist hinter so einem Kult her. Und wir haben online Informationen gefunden, irgendwie. Dass sie Informationen sucht. Beziehungsweise, ja, diesem Code. Diesem Code. Diesem Kult. Auf die Schliche kommen will. Und, ja. Jetzt gucken wir mal. Warum so besessen von diesem Sweden-Arsch? Meinst du, er verklickert dir den Sinn des Lebens? Hier. Ich erspare dir die Mühe. Das Leben macht keinen Sinn. Mit dir in meinem Kopf nicht. Stimmt. Und jetzt klappe. Ich muss nachdenken. Das mit dem Nachdenken lag dir vorher schon nicht. Aber schieb's ruhig auf den Kerl in deinem Kopf. Warte, warte. Schst. Ich will mich hier umsehen. Okay, schauen wir mal. Sicherungskasten. Wo bist denn du? Hallo? Pass auf, sonst verschluckst du ne Fliege. Wenn ich da jetzt... Soll ich hier jetzt irgendwas machen? Nö. Können wir mal hier hochklettern. Da hat keiner gesagt, dass Vertikalität nicht erwünscht ist, ne? Es brutzelt hier so. Hier rum. Hier hoch. Oh, da sind wir jetzt quasi auch schon wieder raus aus dem Gebiet, also... Ich hätte vielleicht gedacht, dass das hier so der Funkturm ist, quasi. Aber nö. Guck mal, da hängt ein Kabel. Und hier nach da nach Tralala. Ha, illegaler Router. Meinst du, der gehört Swedenborg? Das finden wir gleich raus. Das wissen wir gleich. Jetzt mal Data Mining. Bisschen Kohle abzwacken. Ja, E9. Aber wir kommen nicht auf 7A, ne? Schwiert. So, mal 55 nehmen und dann E9. Ja. Aber was anderes ging jetzt leider nicht. Oder ich war zu doof. Wenn sich auf die Suche nach mir begibt, hat sich bereits die Scheuklappen der Bourgeoisie und der Konzerne abgerissen und den ersten Schritt zu den hängenden Gärten des Postkapitalismus getan. Meine Fresse. Doch dies ist erst der Anfang. Bist du bereit, den gesamten Weg zu beschreiten? Neue Koordinaten auf Karte hochgeladen. Signal stimmt mit dem überein, das Nancy verfolgt hat. Er streckt sich bis in die Badlands. Wie ein Serverproxy. Sag mir nicht, dass du jetzt da hin gehst. Weil das totale Zeitverschwendung ist. Was interessiert dich, diese Swedenbratze? Zieht sich dumme Sprüche aus dem Arsch und die ganze Welt spritzt sich einen darauf ab? Die staatliche Gewaltenteilung seziert die Selbstbestimmung des Volkes. Was soll der Scheiß bedeuten? Geh nicht hin, wenn es dich stört. Oh, echt clever, wie? Ich kann mir ja auch nicht die Finger in die Ohren stecken und so tun, als ob ich nichts höre, wenn du das Maul aufreißt. Dann viel Spaß noch. Warum so angepisst? Komm hier runter, ja. Ist das vielleicht jemand, der der Silverhand so ein bisschen nachmacht? Weil ich meine, letzten Endes hat Johnny ja etwas Ähnliches gemacht im Endeffekt. Bloß, dass er halt nicht so auf diese Kultschiene gegangen ist. Aber ansonsten... Keine Sorge, ich will jetzt hier nicht an der Ohren rumfahren. Ich gucke schon nach dem da, genau. In der Reise. Ich denke aber, so eine normale Fahrt pro Folge ist völlig fein. Da habe ich kein Problem mit. Aber, ähm... Ja, alles weitere, was dann irgendwie weiter weg ist oder so, das können wir schon per Fast Travel machen. Das ist nicht das Ding. Zumal die Ladezeiten ja auch angenehm kurz sind. Das dürfte nur irgendwas bei 15 bis maximal 20 Sekunden sein. Ich will aber nicht wissen, wie das auf der Last Chain ist. Da sitzt er bestimmt eine Minute da oder so. Und jetzt... Ach doch, der hat auch die Framerate einen kleinen Hit abbekommen. Alter. Da bleibst du ja an so einem Busch hängen. Was ist denn hier? Wraithjäger? Huch. Da hat gerade jemand gesprochen. Und ich habe es versehentlich geskippt. Nur weil ich mich ducken wollte. Erst mal nicht tödlich. Keine Ahnung. Arbeite vielleicht solo. Klar, versuch's ruhig. Da ist da noch oben einer auf dem Dach und einer links daneben. Guckt er auf dem Dach gerade hin? Ach, da hinten. Okay. Fall gleich runter, oder? Nee. Ich finde dich und dann ficke ich dich. Nö. Weder noch. Weder noch, mein Freund. Wie gesagt, ich wollte das Futter ja in Zukunft direkt essen. Deswegen muss ich mal immerhin ein bisschen genauer gucken. Fertigkeitssplitter Quickhacks. Lernen. Absinnt. Direkt saufen. Wo könnte es sein? Vielleicht bei dem Laster. Okay, saufen sollte ich jetzt nicht unbedingt nebenbei. Seht ihr schon wieder ein Sturm auf, oder was? Ich denke, das ist auch die Intention. Sonst hätte es hier die Projekte sich nicht die Mühe gemacht, das Kabel hier so lang zu legen. Ja, aber... Ja, aber... Oder doch beim Laster. Vielleicht sind wir genau in die falsche Richtung dem Kabel nachgegangen. Bei Reihen kommen wir ja auch nicht. Absinnt, ja, ja. Wissen wir jetzt nicht unbedingt trinken. Ich gehe nochmal kurz hoch. Ach, hier. Ja, siehste. Mist. Noch ein Router. Swedenborg scheint ja viel Wert auf Privatsphäre zu legen. Ja, ja. Äh, 7a... 55bd. Immer das unteste zuerst. Das bringt nämlich am meisten Geld. So, 551c ist Arsch. 55, 1cbd. 55. Sehr schön. Kriege ich jetzt wieder eine Nachricht? Ja. Die Straße zu den Sternen ist stets von Dunkelheit umhangen und der Weg zum Kollektivismus führt durch ein Meer aus Blut. Wirst du den Schwanz einziehen und dich wieder an die Leine der Konzerne nehmen lassen? Neue Koordinaten auf Karte hochladen. Das Signal führt weiter. Zu einem anderen Terminal. Ha. Ich glaube, dich verarscht hier jemand wie. Folgst der Spur eine Weile, verbindest die Punkte auf einer Karte und am Ende wird ein Schwanz draus. Das wäre wohl genau dein Humor, nicht? Na klar doch. Außerdem wäre der Schwanz das erste Werk von Swedenborg, das wenigstens mal Sinn macht. Natürlich würde er dem Ganzen irgendeinen affigen Namen geben. Sowas wie patriarchischer, phallus, toxischer Maskulinität. Was meinst du? Klingt cool. Wir sollten gehen. Ach, jetzt müssen wir wieder sonst wohin. Ja, nee. Komm. Erstmal hier. Achso, wir haben ein Level Up. Genau. Äh, Reflexe. Ich will die auf 20 Böllern. Und dann. Aber eigentlich, wo wir noch ein bisschen... Komponenten ist mir gar nicht so wichtig. Hier Quick Hacks verursachen noch mehr Schaden. Wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke... Ich meine, klar, wir waren jetzt sowieso dabei, das zu leveln. Dann kann ich da auch noch einen weiteren Punkt reinhauen. Aber, eigentlich macht das gar keinen Sinn, weil wir verwenden gar nicht so oft Quick Hacks, die Schaden machen. Allerhöchstens an Robotern, wenn ich da mal einen Kurzschluss mache. Aber viel öfter benutzen wir das gar nicht. Wow. Dann können wir auch fahren. 2,6 Kilometer? So weit ist das doch gar nicht weg. Bin ich jetzt bescheuert? Also auf der Karte sieht das aus wie, keine Ahnung, ein Kilometer vielleicht. Aber es mag auch daran liegen, dass wir jetzt im offenen Bereich sind. Also, dass jetzt nicht hier irgendwie 800 Straßen dazwischen sind, dass wir 700 Mal abbiegen müssen. Wisst ihr? Alter, hier ist ja auch nichts bei dem Sandsturm. Hören tut man auch nichts. Da fällt mir ein, ich wollte die Soundeffekte auch noch mal ein bisschen leiser machen. Hier. Das ist wirklich das, was am ehesten gehört wird, die Dialoge sind. Dann können wir eigentlich hier auch noch mal die Voreinstellung. Eigentlich. Eigentlich können wir das auf Kopfhörer lassen. Juli. Ja, wie, alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Ist was passiert? Mir geht's gut. Danke nochmal. Du weißt schon wofür. Bist mein Buddy. Ich hoffe, das weißt du. Schon wieder, Primezone. Meiko hat sich immer noch nicht gemeldet. Aber bestimmt bald. Ich sag Bescheid, wenn ich was Neues weiß. Okay, Juli. Kannst du dir noch so lange Zeit lassen, wie ich noch mit dieser Quest hier beschäftigt bin? Weil dann weiß ich offiziell nicht mehr, was ich noch tun soll. Huch. Vorher ich mich mit Hanako treffe. Wir querfeld einfahren. Ich hoffe, das gibt keine Probleme. Das ging ja... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte, 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 warte. Da liegt was Legendary-Ges. Was ist das denn hier? Abgestürzter Container? Praktische Konzernbrille aus Hybrid-Glas. Legendär. Aber Müll. Cool. Wisst ihr, was wir mit legendären Sachen machen... Warum hab ich keinen Hut mehr auf? Äh, mit legendären Sachen machen können, die wir nicht brauchen. Zerlegen. Kriegen wir die Materialien raus. Oh, warte mal. Die ist doch ganz gut. Letztendlich ist die Kohle völlig egal. Die Spiele um Macht. Die Macht, die Strippen zu ziehen. Große Entscheidungen zu treffen. Wirklich etwas zu bewegen. Das ist wahre Macht. Man ruft irgendwo an und erzählt dem Präsidenten irgendeiner hinterweltlichen Euro-Nation, dass er sich besser an das hält, was man ihm zu sagen hat. Sonst sei er Geschichte. Anonymer Konzerne. Sieht die Brille aus. So, einmal den Hut nochmal kurz absetzen. Ja, die geht. Die ist völlig fein. Das war jetzt nicht mehr Johnnies. Aber wir können das Gespräch noch schnell lesen. Was ist mit dem Mann und seinem Kind? Keine Sorge, sie sind in Sicherheit. Wo soll ich wissen, dass das stimmt? Wir möchten, dass sie für uns arbeiten. Das wissen sie doch. Wir können einander also vertrauen. Wir können einander also vertrauen. Es fällt mir schwer, jemanden zu vertrauen, der meine Familie entführt hat. Wir legen Wert darauf, dass unser Rekrutierungsvorgang effektiv abläuft. Wir haben alle unsere Schwächen und Fehler, oder nicht? Soll ich ihre aufzählen? Lillian Forays Lebenslauf und ihre Erfolge bei Biotechnica interessieren nicht nur Cetatec, sondern auch viele, viele europäische Terrororganisationen. So viel steht fest. Genug. Wie genau habt ihr vor, mich zu rekrutieren? Direkt von ihrem aktuellen Arbeitsplatz. Das wird ein Blutbad geben. Nicht ein einziger Schuss wird abgesetzt werden. Sie werden sich in den Recycling-Container mit der Nummer PSSU 118870 begeben. Sie finden ihn am Landeplatz, den Biotechnica zum Entsorgen von Abfällen verwendet. Keine Sorge, der Abfall in diesem Container wird nicht giftig sein. Also hackt ihr den Flug? Wir werden eine Lösung finden. Wollen wir's hoffen. Äh, okay. Das war Environmental Storytelling. Weil die Person, die wir da gerade gefunden haben, ist, glaube ich, die gewesen, die da rekrutiert werden sollte. Da komm einfach durch die Prärie. Dell, das schaffst du, oder? Ja. Huch. See. Wie, nochmal 500 Meter, warum? War doch gerade schon am... Hä? Naja, fahren wir halt nochmal... ...ein Stück. Da oben fliegen Fracht-Container durch die Gegend. Hier? Na, Johnny, wieder irgendeine vorwitzige Scheiße zu erzählen? Würde fast behaupten, da müssen wir hoch. Ja, Leiter. Ich weiß, was eine Leiter ist. Was ist das für ein Sound da oben? Geht's noch weiter nach oben? Ach, du Scheiße. Na, endlich. Sieh dir das an. Selbst Night City kann von weitem schön aussehen. Äh, das ist doch nur eine Silhouette. Also schön fand ich das jetzt nicht. Das ist nur Licht. Hä? Hier ist wieder ein Router. Fuck. Lass mich raten. Noch ein Router? Ich finde ja, das erhärtet meine Schwanz-Theorie. So, versuchen wir wieder, das ganz unten zu machen. 1C kommen wir nicht hin. Also 1C, 55, 1C kommen wir hin. Dann kommen wir auf E9, dann kommen wir auf 55. Ja, okay. Jetzt bekommen wir wieder eine Nachricht. Du kommst näher. Du siehst mehr. Das Nirvana des Marxismus-Swedenborgismus ist zum Greifen nah. Nur noch ein letzter Schritt. Sei tapfer. Neue Koordinaten auf Karte hochgeladen. Und? Führt das Signal woanders hin? Jupp. Hey, vielleicht ist das so eine Art Lektion von Swedenborg. Das Leben ist immer in Bewegung. Scheiß auf das Ziel. Der Weg ist das, was zählt. Hört sich nach gequillter Scheiße an. Endlich sind wir uns mal einig. Wo führt denn die nächste Spur hin? Zum Yoga-Unterricht? Oder in ein tibetanisches Kloster? Nein. Zu einem... einem Vergnügungspark. Oha. Wird ja immer besser. Pacifica, oder was? Hm. Ups. Nicht schlimm. Wir haben gegessen. Wir heilen uns nach und nach hoch. Das hat nicht mal wehgetan. Haben wir hier... Ne. Was ist das denn? Kann man ein Auto kaufen? Ich will aber... To actually... Wenn wir sowieso in der Nähe sind. Mal ganz kurz gucken, was hier los sein soll. Vielleicht ein Cyber-Psycho. You never know. Noch eine weiter. Jo. Roter Smith. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe Kontakt zu Benedikt McAdams Fahrer verloren, der ihn aus der Stadt bringen sollte. Ja. Super. Ich habe die Mine gerade noch gesehen, ich konnte mich aber nicht ducken, weil ich den Dialog nicht skippen wollte. Also, beziehungsweise, ich wollte mich nicht ducken, weil ich den Dialog nicht skippen wollte. Ich muss weiter. Ähm. Hat sich ruhig bewegen. Oh, wie schnell wir uns heilen. Das passt schon. Hier sollten wir jetzt nicht unbedingt runterjumpen. Ja, dann brauchen wir das tatsächlich nicht machen. Was da ausgeschildert war. Dann fahren wir da hin. Ich bin da quasi genau auf dem Weg. Ich hoffe, Judy meldet sich bald. Ich meine, sie hat uns ja gerade erst geschrieben, aber... Trotz dem. Jetzt strege ich das orchlekt. Ich bin da FaceTIvcież Jakob Ivan. Soll ich Ella Columbus. Ich bin da. Ja, ich bin da. Ich bin da". Ich bin da. Hm. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Und dacircke. Bis morgen. Ich bin da. wer fällt ein druck für schissen alter ganz schön ohne eben hier jackson planes dann ab zum vergnügungspark ich hoffe das ist dann wirklich der letzte punkt weil das fest irgendwie auf dauer auch nicht denn hier wie war das jetzt die fragezeichen die aufträge und die ausrufe zeichen sind die richtigen nebenmissionen alles klar dann dorthin aber das pacifica war pacifica nicht irgendwie eine ecke weiter ich bin mir gerade nicht ganz sicher wo pacifica liegt genau naja hofft zu heulen nervt und jetzt suchen wir wieder die spur endet hier soll das heißen der arsch versteckt sich irgendwo hier vielleicht oder wir finden noch ein terminal mal sehen komischer ort passt irgendwie zu dem typen den wir suchen oder nicht warum weil das hier ein sinnbild für spät kapitalismus ist billige unterhaltung für hirntote lackaffen das meine ich wieso solche soll ich jetzt irgendwo anders das gebiet absuchen ach hier überall wurde mich verarschen warte mal kapital ist das blutenden adern der globalen unterdrückung geld ist ein werkzeug der kolonialen unterdrücker unseres verstands flassenkampf ist der auftakt für die anarchie warte was ist denn das wonach sieht es denn aus swedenburg reviera seht ihr seht euch den propheten von night city an das ist zu geil ein philosoph in der kiste hey gib ihm ein paar eddies ich will wissen was er sonst noch sagt ernsthaft ernsthaft wie wie ist das überhaupt möglich ich habe keinen blassen schimmer aber scheiße wie wie abgefahren ist das denn das halbe net dreht durch und geilt sich an billigen weisheiten auf und das alles kommt von einer schäbigen puppe einem scheiß glaskasten oh man ich sag dir was diesen moment waren die 50 jahre seelenknast echt wert oh man du wirst einen attraktiven lobbyisten kennenlernen wenn du am wenigsten mit dem klassenkampf rechnest er folgt verdünnt die essenz der selle ich will mal nachsehen ob jemand an dem ding rum gespielt hat dein ernst meinst du hast es hier mit einer puppe zu tun die gern ein echter junge wäre hier ist ein router guck mal jemand hat Swedenborg ganz nett angeschlossen worauf wartest du dann sieh nach was du sonst noch rauskriegen kannst wie wollen die da gleich rumpa lernen oder was die ganze zeit habe ich keine lust drauf das das ist die 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 Du bist allen Spuren gefolgt, wie der gehorsame Köter, der du immer noch bist. Meinst du, das ist Erleuchtung? Du wurdest gepaunt von Sweetie11iel. Okay, also, wenn ich das richtig verstehe, hat jemand diesen Wahrsager-Bot gehackt, damit er non-konformistische Slogans statt Prophezeiungen von sich gibt. Und hat das Ganze dann über mehrere Router mit dem Net verbunden, damit es keiner nachverfolgen kann. Absolut genial. Können wir rausbekommen, wer das war? Ich will ein Autogramm. Wohl kaum. Zum einen hat die Person keine Spuren hinterlassen. Zum anderen bist du tot, Johnny. Ah, stimmt. Habe ich bei der guten Laune ganz vergessen. Hey, wie? Lass das Ding an, okay? Keine Sorge, Johnny. Ich werde dem Volksphilosophen von Night City nichts antun. Na dann, auf Swedenborg Riviera. Lang möge er leben. Die Produktionsmittel gehören rechtmäßig dem kollektiven Unbewussten. Ah, wie? Lass mich raten. Du wusst an, um mir zu sagen, dass du die Suche aufgegeben hast. Naja, nicht ganz. Wir haben was gefunden. Wir? Hattest du Hilfe? Nein, äh, das war das königliche Wir. Jedenfalls gibt's Swedenborg gar nicht. Bitte was? Ist ne Wahrsager-Maschine. Reimt Sätze zusammen, die sich tiefgründig anhören. Jemand hat sie mit dem Net verlinkt und bepisst sich gerade vor Lachen. Scheiße, wie? Ach, die Geschichte ist ja noch besser, als ich dachte. Ich übernehme ab hier. Oh, und deine Addys sind auf dem Weg. Danke und Tschüss. Ich kann gerade nicht reden. Ach, toll. Habe ich damit jetzt das Gespräch abgebrochen? Ups. Ich wollte halt, dass diese Kampfmusik aufhört. Also, fahrt fort. Scheiße, wie? Die Geschichte ist noch besser, als ich dachte. Ja, und überspringen kann ich jetzt auch nicht mehr. Scheiße. Ich übernehme ab hier. Oh, und deine Addys sind auf dem Weg. Danke und Tschüss. Hätte ich ein paar Sekunden länger gewartet, ey. Scheiße. Naja, passiert. So, jetzt warten wir eigentlich nur darauf, dass Judy nochmal anruft, damit wir das Clouds stürmen können. Okay, das ist das eine. Noch mal ein bisschen Waffen zerlegen. Wir haben schon wieder so viel Müll eingesammelt. Die kann auch weg. Die ist Legendary, die würde ich behalten. So, haben wir noch Nahkampfwaffen? Oh ja. Schon viele. Da behalten wir tatsächlich auch nur die ikonischen wieder. Das reicht vollkommen. So, und dann... Einmal ins Journal. Ja, und mehr haben wir jetzt hier gerade nicht. Dann schauen wir doch nochmal auf die Map. Nehmen, ist hier und da. So. 650 Schmetter. Die können wir uns auch mal schnell porten, oder? Ja, naja. Ob halbem Weg ist eine Schnellreisestation. Das ist völlig fein. Ich glaube aber nicht, dass das wieder ein Cyber-Psycho ist, weil Bedrohungsstand ist sehr niedrig gewesen. Beziehungsweise Schwierigkeitsgrad der Mission. Grand Imperial Mall. Ach, das ist... Uff. Geht direkt neben der Mall. Ach ja, Doppelsprung. Habe ich schon fast vergessen. Irgendwie ein feindliches Gebiet? Nö. Da vorne vielleicht? Nö. Hier unten ist die Neemission. Oh, ein Zhaft. Das ist ein Cyber-Psycho. Aber... Warum schießt du einfach auf mich? Was soll denn das? Noch jemand? Wer nicht will, der hat schon. Was soll denn das? Oh, Alter. Ihr hört auch nicht auf, ne? Der ist jetzt hier der Cyber-Psycho. Da drinne. Und das Roboter? Ja. Okay. Gut, Schluss. Rechen und alle Kameras aus. 7A, 7A, 55. Ganz wichtig. Dann haben wir... Kommen wir auf E9, ja? Oder kommen wir nicht auf 7A? Aber... Aber auch 55. So. eigentlich scheiße können wir den auch einfach hauen was für babakaka sie werden ja wie immer lebend gehe ich schon aus wir sprachen gerade von in der nähe der gym gibt es eine passage wo ständig leute verschwinden finde heraus was da vor sich geht und verschwinde nicht selbst ja ja fertig hier ja nein jetzt ruf ich sie an auch mann auch schon wieder so ein ui glitsch wo ist sie da zack fertig die tür geht jetzt nicht auf ne doch was wäre so typisch cyberpunk wird er denn jetzt mal auf tun als würde ich weiterhin gehackt werden so was haben wir noch am pacifica das ist noch mal neben mission und das ist schnellreise damit wir damit wir vielleicht diesen kack glitsch los werden dieses überhitzen findet ja nicht statt ich habe den typen ja vermöbelt kann uns ja jetzt schlecht noch hacken ach so das nicht meine nähe ja vielleicht hilft es trotzdem so natürlich ist der glitsch immer noch da super aber wenn das auch wieder sehr niedrig ist dann dürfte das ja auch wieder easy cyberpsycho sein machen wir den noch schnell fertig und dann soll es das für heute gewesen sein ja dann lass es doch sonst boah das geht mir so auf den sack dass dieses ui andauernd ausglitscht ne aber ausglitscht klingt auch gut also war hier doch eine schnellreise station unterwegs also hier habt ihr ja gerade gesehen aber aber die hatten wir noch nicht obwohl wir das achievement dafür haben alle schnellreise station gefunden zu haben und drauf ist ja oder was hier passiert hä was mach ich jetzt mit ihr nichts oder was was ist denn junge frau der kleidung nach zu urteilen sexarbeiterin vor mehreren tagen zu tode gefoltert ach schön sowas machst du auch noch und dieses überhitzen geht mir so auf den zünder aber vielleicht geht es ja auch euch auf den zünder dass ich andauernd sage dass es mir auf den zünder geht also höre ich jetzt auf damit hat er hier dabei auch nichts position aber ist ja gar nichts ist ja niemand wo doch jetzt wo mich denn die ganze zeit schon geschlichen er ist sicher äh gehen wir auf nummer sicher machen wir quicksave packen kann ich den ja nicht ne auch mit dem schönen mit dem goldenen baseballschläger eins über den schädel der wehrt sich ja auch gar nicht macht nur komische geräusche für sie nehmen wir dir noch alles ab müssen wir den splitter noch lesen ja tun wir mal so als hätten wir den gelesen und jetzt müssen wir noch einmal nach infos suchen auch so viel so viel areal für infos komm schon ich kann doch hier nicht jede leiche analysieren doch ewig doch ewig doch ewig ach gott jetzt muss ich auch noch zu ach ne ist fertig sehr schön regina war nicht einfach aber ich habe ihn lebend gekriegt so dann haben wir ja wirklich bald alle cyber psychos er ist aber schon bei 45 minuten deswegen würde ich behaupten es ist jetzt wieder an mir danke zu sagen fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen falls ihr alles gerne ein like da oder auch ein abo falls das noch nicht geschehen ist kritik gerne in die kommentare und wir sehen uns beim nächsten mal mit cyberpunk 2077 bis dann tschau tschau tschau